Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Bullet Store! Tja, da muss ich mich leicht räuspern. Ha, fängt ja gut an, aber klasse mit der epischen Musik. Und ich hab keine Ahnung. Wo ich jetzt überhaupt bin. Aber egal, ähm, was war die Steuerung nochmal? Das war... Jawohl. Und das war Treten, alles klar. Ich geh mal ein bisschen einkaufen. Neu. Ja, Detonation. Äh, ich hab zu wenig, alles klar. Okay, kann ich mir nicht leisten. Aber ein paar Schuss. Halt, 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 zurück, zurück, zurück. Magazin kaufen, das ist ganz wichtig. Genau. Zuge freischalten. Okay. Ähm, ich will aber... Halt, nochmal zurück, 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 war... Escape. So. Das ist links, das ist rechts, ne? Sehe ich doch richtig so, ja. Die Waffe kenne ich noch nicht, da hab ich auch nur nicht so viel Schuss. Also setz' ich dich auf rechts. Genau. Alles klar, das ist die Hauptwaffe, die behalte ich da. Ähm. Und irgendwie finde ich das ein bisschen laut, tut mir ja leid, aber ich muss mal ein bisschen, ähm... In die Option... Na. Audio. Die F... Nein, das ist okay. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht, äh... Hey, 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 hey! Ja, lass das nochmal da. Lass das nochmal hier. Alles klar, das ist übernommen. Ja. So, das müsste jetzt auf jeden Fall besser sein. Wollen wir mal los, ne? Und nochmal, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bulletstorm. Es ist eine halbe Ewigkeit her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und... Oh man, ich wünschte, es hätte sowas schon gegeben, als ich noch klein war. Ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern diesen Wunsch nicht geteilt hätten. Aishi, ich hätte das auch gerne gehabt. Boah, sind die Viecher geil. Sieht aus, als würde einer fehlen. Äh, super. War hier nicht ein Roboter? Ich begreife nicht, welchen Zweck das hier erfüllt. Ach, komm schon. Willst du mir wirklich erzählen, du hättest keine Lust, hier mit einem dieser Mekathons rumzuwägen? Da bist du! Aber schon... Geil. Klasse. Okay, dann wollen wir mal hier reingehen. Äh... Boah, sind wir doch, ne? Nicht gut. Ich gehe erst mal in Deckung. Ja, super. Wenn Kugeln in den Sand haben können. Das ist dann halt so. Ja, geht's ja sofort richtig gut los hier. Meine Fäße. Komm her. So. Gut, tütsi. Da war doch einer. Gut. Wo sind sie? Wo sind sie? Da sehe ich doch einen. Komm her. So, geht's weiter. Wie süß. Hier haben die so ein Licht. Das soll aber auch aussehen wie... Waaah. Alter. Ich wollte gerade sein, das soll aussehen wie Autos. Ich kann mich nicht leidern. Ich möchte mal hier sehen. Oh, das ist gut. Giett's. Oh, es so gut. Geh mal auf den Weg. Was ist denn da? Dann zeig mal her, Ishii. Äh. Alter, was? Nee, ist klar. Äh, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso glaube ich, dass das eine ganz schlechte Idee ist? Sieht sicher aus. So, Muni. Rein, Magazin, Kauf. Danke. So, so, so. Äh, pfff. Ja, super, ist halt fast voll. Geh, und raus. Ishii? Da. Die Kommenden, Sie? ие zurück! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh, oh, oh! Ah, ist schön, dass du da hinten bleibst. Mann.